Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Stellar Plate. Ich habe ein neues Outfit an. Das habe ich freigeschaltet gehabt bei... Ich weiß es nicht mehr. Wer macht weiter? Wir sind hier in... Wo sind wir? Abyss-le-Voire. Wir sollen die dritte Hypercelle finden. Das ist ein Raum, der sieht ziemlich geil aus. Der Raum. Sieht ziemlich cool aus. Oh mein Gott, einfach. Und Dinger gekippt. Okay. Ich will jetzt nicht kämpfen oder so. Das habe ich... Kletter halt. Nee, ich hoch. Es ist schon gemein, wenn da plötzlich die Viecher drauf spawnen. Wo? Meine Chattlinger mit, ne? Yeah. Oh, die sind so widerlich. Die sind da so widerlich. Okay. 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 ich muss immer dieses nie sind das ist so schlimm gut da ist ein lager aber hier finde ich munition ausfüllen ist das munition ausfüllen da rechts nur für die fähigkeiten was wir halt jetzt aktuell eher weniger brauchen ja was haben wir hier wegen muni aktuell sehr wichtig würde ich würde ich einfach behaupten dass es sehr wichtig ist einfach kurz mal hinsetzen und dann geht es weiter wo ist alles voll damit habe ich gesehen eben in bewegung bleiben wir brauchen eine steuertafel ja die sind ja zum glück überall man weiß ja nie ob die um die ecke stehen ja als ob als ob die tot sind können die auch so sehr tun gut gehen wir zum offenen tor nein eigentlich wäre mir lieber dass wir zum geschlossenen tor gehen nochmal zurück wo kommst du ständig her das ist ja wirklich scheint lager zu sein ich bin sehr froh dass es hier so viele lager gibt das problem ist leider man kann sie eben nachdem man hier war nicht zu jedem einzelnen lager hin portieren das ist halt das schreckliche finde ich warum kann man das hier ständig machen warum kann man das hier ständig machen ja finde mal heraus wo wir das hier also du bist da wer ich höre schon bis die höchste 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 die wand na also zurück zum tor ab vorher noch mal das einzige was hier liegt angriff erkannt das war da oben rechts ich weiß es nicht sonst ist sie tatsächlich nichts wird schon irgendwie aber nicht wenn die hinter mir auftauchen meine fresse alter warum ist das so diese musik ne ja ja oh wow 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 wie war ich hasse diese menüführung einfach dass man jedes mal irgendwie ich mache ich nicht Diese Menüführung, dass man erst das hier machen kann, damit man die Munizierung auswählen kann, während die Monster vor einem stehen. Wow! Nein! Da wollen wir mal hinsetzen, ich hoffe die respawnen nicht, das wärs. Nee. Ei, 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 ei. Bitte lass das ein großes Lager sein, mal. Ich kann den Ausgang auf der anderen Seite sehen, aber... Es ist kein großes Lager. Lilly, los geht's. Oh Gott, was? Das hier schaltet das Sicherheitssystem ab. Lilly, die Temperatur steigt schnell an. Ganz ruhig Lilly, ich schaff das schon. Ich muss das Sicherheitssystem ausschalten, sonst kann ich nicht durch. Okay. Du musst das Sicherheitssystem ausschalten. Ich kann da schlecht rüber springen. Das geht? Das geht nicht. Oder ich hab die Fähigkeit nicht aktiviert. Och Leute! Rot tut... Rot tut weh! Rot tötet. Gelb tötet nicht, man kann ja durchflitzen. Ja, jetzt seh ich... Jetzt seh ich's erst. Och Gott! Und dabei ist das nur der erste Sprung oder so, ne? Der erste wirklich richtige Sprung und ich weiß halt jetzt schon nicht, was ich da machen soll. Ist auch so eine Sache, wo ich halt nicht hängen will, ne? Wieder 100 Jahre. ... ... ... Nein, hoch. Oh, bitte, Mädel. Bitte geh einfach hoch. Oh, ist das ätzend. Sollte es eigentlich nur da runterspringen, aber sie hat sich entschieden, einfach da komplett rüber zu springen, ne? Oh, ich will nicht. Warum startet man immer hier? Alter, halte ich doch da fest einfach. Tipp. Was mache ich? Was ist meine Mission hier gerade? Was ist meine Mission? Junge, das sehe ich doch. Ich bitte euch einfach. Hochziehen! Wozu trägst du die X-Taste? Ich muss da unten lehnen, ne? Oh, bitte, Alter. Ich muss, wenn es hinter mir ist. Nein! Warum springst du da nicht exakt da drauf, Alter? Ich liebe es gerade. X! Spam die X-Taste einfach. Die Tipps sind so sinnbefreit hier im Spiel. Unfassbar, wie sinnbefreit die einfach sind. Das schaffe ich niemals rechtzeitig. Wobei, ich könnte mich da dranhängen, ne? Reicht das? Oder sterbe ich dann? Mach keine Faxen und geh rüber. Oh, ist das ein Müll. Ich hatte wirklich Angst. Ja. Dann auf zum Tor auf der anderen Seite. Überall jongliert, willst du die Rührer jonglieren, ne? Aber da über den Pfad da nicht, ne? Oh, ist das ätzend. Das ist wirklich ätzend. Die Überzelle ist direkt hinter dem Forschungslabor. Sehr gute Information. Munition ist alles voll, ne? Ja. Haben wir Fähigkeiten noch gekriegt? Nein! Wieso? Ich stehe davor und sie aktiviert einfach das da. Ja, eins. Bitte nicht noch ein Laserraum. Mist. Mist. Der Forschungstrakt ist eingestürzt. Hm. Können wir nicht einfach den Rest des Weges schwimmen? Nein. Das Wasser steht unter Starkstrom. Das Ende tödlich. Und was jetzt? Wir müssen anscheinend alles nutzen, was uns zur Verfügung steht. Okay. Okay. Liebe. Oh, bitte. Das ist jetzt ein Jump-on-Ride-Dungeon hier, oder was? Alles, was uns zur Verfügung steht, kann ich ja leider nicht. Das ist ja so ein bisschen das Problem. So ein klein wenig, denke ich mir. Hilf mir mal. Äh. Achso. Hoch. Safe stürzt das jetzt ein. Ich hasse, ich hasse, ich hasse, ich hasse dieses Sprung-Physik hier im Spiel. No. Nö. Nö, sehe ich nicht ein. Ich will da schon rein. Da ist eine Schatzkiste. Das sehe ich nicht ein. Nein. Wie sie da immer ganz kurz festhängt. Da am Anfang. Ich will da drüben rein. Hoch. Oh, ich bitte euch. Aua. Blattvergessen, dass ich keine Klinge habe. Komplett vergessen. Okay, was geht ab? Das hat es jetzt gelohnt, ich kann es nicht einschätzen. Scheinbar. Ich will das jetzt mal, dass ich auch so ein Ding schieße, ne? Ich brauche mal ein langsam größeres Lager. Das ist ja nett hier. Kann man sogar rauflaufen einfach. Nice Abschnitt hier. Wirklich. Die wollen wirklich, dass ich da halt am Seil springe, ne? Kein echter, kein... Kein Mensch würde sich das trauen. Wenn das echt wäre. Wo kamst du her? Was hast du hier gemacht? Warst du pinkelin gegangen? Was soll er sonst gemacht haben? Ja, jetzt habe ich dich nicht sehe. Du bist so ein Holzkopf. Aber viele Drohnen gibt es hier, ne? Viele Drohnen. Und da viele Geheimnisse, die ich beim ersten Mal alle mitnehmen möchte. Massenproduktion. Nein! Oh mein Gott, ich dachte schon, ich springe da runter. Nein, das ist kein Seil zum Schwingen. So weit ja so gut, ne? Halt die Entfernung, ich glaube nicht. Halt! So. Kann ich nicht irgendwie lenken? Nein, nein, nein. Halt! Stopp! Oh! Ich will hier nicht nochmal rein müssen für irgendeinen Scheiß. Oh! Oh, ich hasse das, Alter. Wenn es random ist. Das ist so schwer. Ja gut, das hat sich jetzt nichts verznut, wenn die war, ne? Geht! Die Drohnen einfach weg! Jetzt wäre ich bereit für ein Lager, ne? Gut, dass ich mich nochmal umgedreht habe. Auch wenn es nicht wirklich wichtig war. Wow! Wir haben es geschafft! Du lässt dir einfach immer was einfallen. Echt klasse, Eve! Da ist sogar ein Lager! Da! Ein Versorgungswerk! Oh, ein großes! Sehr schön. Sammeln wir uns einen Moment. Oh, ho, 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 ho. Sehr gut. Ah, schön. Nanosuit kann man was erstellen, was Neues. Das rüsten wir uns im nächsten Part aus. Divingsuit 3? Ne, ne, erstmal nicht. Die Drohne. Zwei Drohnenmodule. Das sind die, äh... Bisschen fehlt sich Raper-Tone, was können wir jetzt gerade? Zusätzliche... Aber ich habe eigentlich nur zwei. Mach ich das erst mal. Das ist alles schön und gut. Ein Punkt ist halt nix, ne? So. So, machen wir das. Aktivieren mal kurz mal das hier. Ich will mal kurz mal gucken, was das hier von Ort ist. Erste, zweite. Man muss halt komplett, wenn man sich denkt, man hat in der Mitte irgendwas vergessen, dann muss man sich entscheiden. Die ganzen Shit am Anfang oder halt... Ja gut, das ist alles wahrscheinlich deaktiviert, aber trotzdem. Herz... Wir sind am Herz der Kont... Wir sind am Herz der Kontamination. Das war's schon? Niemals. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das Herz der Kontamination im nächsten Part. Wird wahrscheinlich ein bisschen actionreicher wieder werden, wenn wir hier raus wollen. Dann rüste ich mich auch nochmal um gleich. Und dann sehen wir uns mal an mit dem neuen Outfit im nächsten Part. Bis dann. Haut rein und tschüss.